Musik In Wuppertal ist die Schwebebahn ein Wahrzeichen der Gegend, nach kriegsbedingten Störungen jetzt wieder voll im Betrieb. Sie verbindet die Schwesterstädte Elberfeld und Warmen. Vor 45 Jahren wurde sie erbaut und entlastet als Schnellbahn den Straßenverkehr. Die gesamte Strecke ist über 13 Kilometer lang und es werden beträchtliche Steigungen überwunden. Das Durchschnittstempo beträgt etwa 30 Kilometer die Stunde. Seit ihrem Bestehen hat diese Schwebebahn über 600 Millionen Personen befördert und ist heute noch so modern wie vor 45 Jahren. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017